Einerseits stecken sie mit dem Kopf noch voll in der Arbeit, andererseits wollen sie nix wie weg in den Urlaub und sind reif zur Entspannung. Schon der Weg zu ihrem Ziel kann dabei der Anfang ihres Urlaubes sein. So geht es auch Herrn Müller, denn... Wo kehren wir bei Müller ein? Wie gut kann's einen Biker gehen? Wann werden die anderen Biker sind? Warum ist es nie eingekriegt? Bei Müllers Lust, da sieht man sich... Erreichbar durch das Wellbachtal, eine der bekanntesten und gefälligsten Bikerrouten Deutschlands, liegt das Ziel, Müllers Lust. Mitten im Naturpark Pfälzer Wald, 15 Kilometer weit entfernt von der nächsten Ortschaft. Eine Lodge und Restaurant der etwas anderen, besonderen Art, in ungewohnt idyllischer Ruhe. Sie kommen zu Fuß zu uns? 500 Meter über dem Meeresspiegel, im Herzen der Natur, umgeben von bester Luft, finden Sie uns im Wanderidyll Hofstetten. Auch die Wanderer sind der Müllers Lust. So organisieren wir für Sie gerne geführte Wanderungen. Auch können Sie von uns exklusiv entworfene Wanderkarten beziehen, welche Sie durch das Wanderparadies Pfälzer Wald leiten und zahlreiche Tipps für den individuellen Naturfreund enthalten. Exklusivität beweisen auch die Zimmer. Helle, freundliche Räume. Individuell ist die Einrichtung. Denn jedes Zimmer ist einzigartig. In einem Standard, wie man ihn nur in einem Hotel erwartet. Eintreten und Wohlfühlen. Hier im Herzen der Natur. Trotz der außergewöhnlichen, absolut ruhigen Lage, finden Sie Ausflugsziele in Hülle und Fülle gleich in nächster Nähe. So zum Beispiel das Haus der Nachhaltigkeit oder den Luitpolsturm mit einer fantastischen Aussicht. Sie wollen uns mit dem Mountainbike entdecken? Müllers Lust liegt an der Pulsader von Europas größtem Mountainbike-Park. Trotz der idyllischen Abgeschiedenheit, bei uns bekommt man immer Hilfe für sein Rad. Mountainbiker finden bei uns einen Rad-Service-Point, einen Fahrrad-Reparatur-Stützpunkt. Herzlich willkommen sind in Müllers Lust auch die Motorradfahrer. Bikes sind die große Leidenschaft, für die das Herz des Wirtes schlägt. Hier trifft man sich und tauscht sich aus. Durch die Motorrad-Vertretung von Dieter Müller mit Werkstattanschluss findet man hier immer Hilfe für sein Motorrad. Denn der gelernte Kfz-Mechaniker weiß, wie es geht. Familie Müller führt die Lodge und das Restaurant mit Lust aus Leidenschaft. Melinda, die Tochter des Hauses, sowie Frank Becker haben das Kochhandwerk in der gehobenen Gastronomie erlernt. Melinda ist mit Lust schon seit ihrer Kindheit beim Kochen. Unter anderem können Sie sich bei einem unserer legendären Outdoor-Barbecues von unserer vielfältigen Küche überzeugen. Denn die Visitenkarte eines Koches sind seine Soßen und die exzellenten Salate. Unsere Speisen, immer frisch und ausgemacht, sind dazu allemal ihren Preis wert. Einzel- ebenso wie Gruppenübernachtungen sind gleich neben dem Grillplatz möglich. Die Außenanlage, wie auch der gesellige Biergarten, sind direkt an die Zimmer angebunden. Denn kurze Wege dienen der Entspannung und die Kinder hat man auch immer im Blick. So bieten wir eine Art von Erlebnis-Gastronomie. Feiern bei entspannter Lagerfeuer-Romantik. Gruppenfeiern werden hier daher ebenso von Familien mit Kindern, wie auch von Firmen als Event oder von Motorradgruppen bevorzugt gebucht. Nachdem sich Fuchs und Hase Gute Nacht gesagt haben, beginnt das Nachtprogramm für die, die noch nicht müde sind, mit einem gepflegten Bier an der Außenbar des Restaurants. Legendär ist die älteste Gastwirtschaft Münchens, Rudolf Mooshammers Hunskugel. In München abgebaut, in Müllers Lust integriert und hier wieder zum Leben auferstanden. Neugierig? Dann kommen Sie vorbei. Schon mit dem Weg zu Müllers Lust beginnt Ihr Urlaub. Vergessen Sie ruhig Ihren Wecker. Es sind die Vögel und die Sonne, die Sie hier wieder sanft erwachen lassen. Auf Ihren Besuch freut sich Ihre Familie Müller. Bei Müllers Lust, da sieht man sich gut.